so willkommen zurück wir starten unsere kleine weltreise in anthony's lager ich glaube bei falling sky siehst du auch anthony kacke die er ist making my eyes burn must be a play car by loader hier up salatteppich gegen das mikro geknallt gerade und 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 Oh, wie ich das hasse. Ich habe viele Zombien in dieser Horde. Wenn du nicht rennst, werde ich dich töten. Ich will einen Shoutout an Cami Baez, um die rote Farben zu zeigen. Keep your faith, meine Freundin. Wow, das hat ja... Er hat ja richtig geilen Stuff dabei, ey. Oh nein, nicht du. Hm? Ach so. Wir haben ihn schon erledigt. Das ist das Ticket. Hoher Handelswert, aber wie verkauf ich diesen Scheiß eigentlich? Ich bin sicher, dass ich das in guter Use geben kann. Geistesgegenwart. Aha. Ich habe ihn doch erledigt. Oh, wird die Quest wieder nicht weiter... ...erledigt, oder wat? Nicht ernsthaft. Scheiße, jetzt geht's los. Na, ein Glück. Ist ja jetzt noch nicht so eine krasse Bedrohung. Wobei es eigentlich jetzt echt geil wäre, da noch einen Wachtturm zu haben. Wir sind unterwegs. Haltet durch. 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 Was nicht passiert ist, nur die Ecke in einem Omelette zu bezeichnen. Freiheit von Annihilation. Ich glaube, einige von euch vergessen, dass wir in Krieg sind. Wir lassen keine von diesen Monstern ins, du hörst du mich? Es ist Zeit, um zu kämpfen! Mehr Krebs werden bald kommen. Ich weiß es. Okay, wenn die da von hinten drin kommen, das ist natürlich ein bisschen suboptimal, ne? Die Frage, ob man sich vielleicht... ...ne andere Basis dann vielleicht doch sucht. So, Medizin packe ich mal ein. I'm a little full at the moment. Ups. That was loud. Another day, another zombie attack, huh? Prestige. Aber jetzt haben wir das auch mal gekriegt. Da hatten wir nämlich sonst hier vorher null. Aber... Ich bin sorry, ich kann nicht. Was macht man damit? Wir sollten eigentlich auch eine andere... Ah ne, wir haben zwei verschiedene Munitionsarten, alles klar. Ja. Ja, im Prinzip muss ich das jetzt hier abbrechen, weil sonst statt... Also beendet die Mission ever, nicht? Ähm. Die Frage ist, ob wir überhaupt noch ordentlich eine Mission jetzt kriegen... ...wenn die ganzen anderen, äh... ...Dudes... ...hier von der Karte verschwinden. Wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie in den Rind stecken, glaube ich. Ich brauche nur ein bisschen Rest. Vielleicht ein bisschen Schick-Soup. Basis. Ich meine, das wäre natürlich cool für Benzin, aber wir haben noch nicht so viel Lebensmittel. Okay, zerlegen wir. Ach, hier sieht man auch ganz gut, das ist mir nie aufgefallen. Wo die Eingänge hier so sind. Was, die haben einen Außenposten? Übernommen. Dann müssen wir da wohl mal aufräumen. Den machen wir zuerst platt und dann... ...befreien wir unseren Außenposten. So, noch zwei davon. So, noch zwei davon. Ich vermute mal, wenn diese Gegner-Basen stärker werden... ...dass dann auch entsprechend, ähm... ...andere stärkere Zombie-Arten damit bei sind. ...dass dann noch 1. ...dass dann noch 2. ...dass dann noch 2. ...dass dann noch 1. ...dass dann noch nicht. Und dann die Aktion. Wenn du noch mal was... ...dass dann noch was dritt! Ich glaube, wir sollten mal das hier aktivieren, oder? Sehr schön, okay. Ach, da sind jetzt neue eingezogen. Ich bin hier. Warum sieht man eigentlich nie irgendwo eine Klingel? Du siehst nicht gut aus? Du siehst auch nicht gut aus. Hallo. Rose, die Blutseuchenärzte. Wir sterben alle an der Blutseuche. Wir haben eine Lieferung von etwas Heilmittel angefordert, aber wir sind nicht stark genug, um es zu holen. Wenn du es für uns beschaffst, kannst du die Rest der Vorrede haben. Okay. Wo müssen wir denn hin? Nein. Ich bin hier. Ich hoffe, dass das Luftwärm wird hier entdeckend. hier. Oh nein. Nein. We've got goods. I just found what you wanted. Kacke. Die Kacke ist jetzt trotzdem kaputt, oder? Die brauchen jetzt irgendwie... Okay. Auf Ziel einrasten. Ach, cool. Damit können wir jetzt nicht mehr losfahren, ne? Was haben wir denn da? Jetzt hat er echt was fernen lassen. Nullig noch beschwerend? Jetzt ist schon was da. Gut, da ist ein Krankenwagen, den können wir uns krallen. Und dann machen wir hier in der nächsten Folge wieder weiter. Spitze wieder gemäß. Bis denn. Wir sehen uns gleich... Okay. inc